Was haben Aletsch-Gletscher und brennte Mandeln gemeinsam? Ich sage es dir, meine Familie. Und zwar sind wir letzte Woche in der wunderschönen Region Aletsch-Gletscher bei schönstem Wetter wandern und haben zum Glück auch die brennten Mandeln Mixeride dabei gehabt. Und das war wirklich eine super Sache, weil es war eine strenge und lange Wanderung. Und die Mandeln haben bestimmt, dass sie sehr fein sind. Haben sie so lange wirklich satt gemacht und Energie gegeben und sind für den Körper überhaupt nicht belastend gewesen. Und das hat mich so begeistert, dass ich gedacht habe, ich muss ein Produkt allen zugänglich machen, die auch nicht haben können an Lagerverkauf, kommen letzte Woche. Und darum haben wir jetzt die brennten Mandeln auch im Shop. Die sehen so aus, ich zeige es dir. So. Sie sehen die brennten Mandeln aus und ich kann dir einfach wirklich sehr empfehlen, falls du noch vor hast, eine Herbstwanderung zu machen in dem wunderschönen Wetter, egal ob sie mal Etchgletscher oder sonst nehmen, nimm die brennten Mandeln mit, mit Xylite. Und ich hoffe, dass du auch so gut deine Wanderung bestaun und freudvoll kannst geniessen mit viel Energie mit diesen zuckerfreien brennten Mandeln. Und dann habt ihr das noch über alles in derdotung. Dann. 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 Dann.